Es gab ja schon über viele Tiere Horrorfilme, aber noch nie über einen Waschbären. Im Trailer zum Film Crackoon nascht ein Waschbär von einer synthetischen Süßigkeit und wird daraufhin zur pelzigen Killerbestie. Ich meine, der Film ist ultra low budget und sieht echt nicht gut aus. Aber ein Waschbär als Killertier in einem Horrorfilm, das hat Potenzial. Hollywood an die Arbeit.